4. Wer ist denn? 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 56. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 11. 13. Das war's für heute. Hier ist auch ein Zeugnis. Da ist der Wolfsburg 1 A. Aber man schieft hier die Strasse, die ist gut geflüchtet. 82 Kupfer, 82 der Barsch. 86 Kupfer, man hat gemerkt. Jetzt bitte wieder runter. Das ist eine große Herausforderung. mit 2,8 Millionen Blutpreis in ZUX. Wenn das noch spannend ist, dann kann man es einfach schon mal nehmen. Einmal 50 Exakt. Profis könnten sich besser. 328,5 der Bugatti. 307,0. 307,5 der Audi. 335,6 der 1. Audi. Geil, oder? So, Stage 2 hier. Audi gegen Bugatti. Ja. Einmal schmack. Ja. 6 kmh, so schnell der Audi. 10 kmh, so schnell der Bugatti. 340. Geil, oder? Juhu!